Ja gut, wir machen jetzt Assasinabfang. Das ist so eine lustige Nebenmission, die hier ständig irgendwo stattfindet. Als Belohnung bekommen wir 1500 Pfund. Der Bonus ist lächerliche 200 Pfund. Beaubien? Beaubien? War einer unserer Lieferanten, aber neuerdings verbringt er Zeit nur noch mit Angeln. Unsere Spione haben uns mitgeteilt, dass er jetzt mit den Briten kollaboriert. Und wir können es uns nicht leisten, dass er unsere Geheimnisse ausbaut. Er muss ausgeschaltet werden. Also wie halt immer. Wir schützen, ausschalten und so weiter. So, wir sollen erstmal das Attentatien ausfindig machen. Und das sehen wir natürlich auf der Minikarte. Wir müssen dahinter. Dahinter. Da muss grünes. Grüne Fläche. So, hier ist er. Ja, den sollen wir verteidigen. 1 Minute 58 haben wir. Die Assasinen sollen wir jetzt am besten finden und ausschalten. Ist jetzt nicht schlimm, wenn wir das nicht in der Zeit schaffen, weil, ja, wie gesagt, nur die lächerliche 200 Pfund bringt das extra. Also brauchen wir uns eigentlich überhaupt gar nicht die Mühe machen. Also 200 Pfund ist ja wirklich in den Spiel wirklich echt mega wenig. Wo kommt denn der her? Ich bin ja gerade hier hergelaufen. Haben wir hier keine Waffe ausgerüstet? Ach, mein Gott. Das ist wieder, wenn man in der Taverne geht und jemanden verprügelt, dann hat man natürlich keine Waffen mehr ausgerüstet. Das ist jedes Mal das Gleiche. So, ja. Stehen die schon? Die Guten? Oh, Falschen. Ich habe einen Falschen getötet. Naja. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Ach, hier. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Okay, ich muss den erstmal erledigen, ja? Ich habe da nur noch zwei. Ich habe keine Zeit mehr. Scheiße. Ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Jetzt kommen zu viele. Jetzt kommen zu viele. Jetzt kommen zu viele. Und jetzt muss er auch noch nachladen. Oh, mein Gott. Ich bin das Untergang geweiht hier. Lasst mich in Frieden. Nimm jetzt mal verdammt nochmal ein Schwert, Shale. Und hau ab. Nimm die Beine in die Hand. Sonst bist du tot. Komm hoch. Ja, 20 Sekunden. Das wird nichts mehr. So. Hier hinten ist noch einer. Irgendwo da hinten. Ah, nein. Die schießen mich tot. Oh Gott. Ich will gar nicht klettern. Aber Shale ist halt gerade so ein bisschen im Panic Mode. Ja, jetzt. Ja. Zeit ist abgelaufen. Ah. Wir kriegen jetzt keine 200 Pfund extra. Aber hier ist der letzte. War bloß drei, vier Sekunden später. Aber macht ja nichts. 1500 Pfund reicht auch aus.